warum auch immer das suspended ist noch irgendwas hier da auch schon wahrscheinlich gerade im weg also setzen wollten wegen anderen möbeln oder sowas so wie stehen die drei betten kriegen wir schon rein und die ersten meiner stehen hier machen party endlich eine taverne die sind seit ich weiß nicht wie vielen jahren sind die hier und jetzt gibt es endlich eine taverne die ersten zehn goblets sind schon da instrumente werden eingelagert glückliche zwerge wir brauchen irgendjemanden der sich um die angehenden alkoholiker hier kümmert wie zum beispiel einen der kann reden es ist glaube ich gut als hier barkeeper quatschen zu können dann brauchen wir performer wie zum beispiel den buchbinder der kann ein bisschen musik machen und quatschen und ich hätte gerne noch eigentlich wollte ich gerade noch gucken auf den kompetent wind instrumentalist ich hätte noch jemand der genau musiker und er kann keyboard spielen ich bin kompetenten musiker und sänger das klingt doch gut der singt und macht spielt musik seid ihr wichtige jobs nein oder also machen die sonst was wichtiges nee das war alle meiner hier wo die meiner wenn sie nicht grad buddeln müssen sind ja ohne anderen auftrag also okay aber wir hören jetzt wenigstens was wenn wir hier unten sind weil so lange wir die tabellen noch nicht hatten hat man halt nichts gehört das war ja dann teilweise sehr ruhig hier das erste mal seit wir diese feste angefangen haben wir diese musik hören weil die irgendwie nur bei der taverne kommt wo ein hund stutzen schön dass du da bist fangen direkt an los zu süppeln jetzt haben wir wieder ein grund für die massenkeile da die tanzen oder sie waren am singen ich weiß nicht da waren so kleine musikblemer genau da guck mal die tanzen oder sie singen auf alle fälle machen sie party da drin die sind so glücklich nach all den jahren endlich saufen da sieht man halt direkt wieder zwanzig zwerge die nicht arbeiten moin mingst und buh schön dass du da bist ach ist das schön endlich mal wieder so endlich jetzt hier mal was los nicht nur arbeit weil sie hatten wir 24 oder 25 die 24 habe hier angefangen noch nicht noch länger dann haben wir denn hier angefangen das ist das wie gesagt immer das schöne ich habe ja immer alles hier was war hier war fort bis staffel drei erste folge dann muss ich mich selber hören ich wollte gucken welches jahr wir hier haben hier ist der m-bar hier muss ja da irgendwo dieser komische m-bar gedöns kommen wo war denn das ist das irgendwo ein kalender erst los ne genau da was ist das jahr gewesen 114 sogar seit 13 jahren hier und kriegen jetzt das erste mal alkohol in der taverne finden sie super 13 jahre 13 jahre sinnlos buddeln also für mich wäre das ja ein kündigungsgrund 13 jahre ohne spaß 13 jahre das dort geist dann haben wir den das, 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 das 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 ist gerade das war kein Caravaner es war irgendwas anderes Summer war das man sieht die rampen gar nicht ne man sieht da gar nichts also Moment da sind rampen ich möchte einmal anmerken es existieren rampen also wenn man die rampen einblenden sieht man ja es ist eine pyramide aber wirklich nur dann was ich gerade sehr schade finde so eine pyramide hat überhaupt keinen mehrwert für spiele aber ich hätte es trotzdem cool gefunden wenn man es sieht so macht man jetzt bei partys zu ende nur ein instrument wird noch so viele instrumente von den typen gekauft oder von irgendeiner karawaner den ganzen scheiß eingekommen ist egal so und gleich wenn wir da wenn man diese alles ausgerüstet haben was ein bisschen dauert wenn ich die gildenhalle so baue bei den tempeln muss ich noch gucken bei den tempeln brauchen wir nicht so viel kann man einfach ein tisch hinstellen so hier kommt ein tisch dahin und dann macht man noch zwei zwei kisten dazu und dann ist nämlich feierabend schau wieder eine riese wie sammling is human almost unpoiled in size also ein riesiger mensch ein riesen mensch ein 340 jahre alter riesen mensch kuh los truppen ich weiß gerade nämlich nicht vor der hebel für die betrugbrücke haben wir die jemals angeschlossen doch bulge outdoor die muss irgendwo angeschlossen sein das zwerge macht euch keinen stress hier wo waren jetzt da ist das viel machen wir doch vielleicht mal aktiv schalten macht mal bitte kurz feierabend da will euch was umbringen den riesen die sind einfach schmerzlos und zwerge die decken sich auch hier kann der kann uns mal hilft den zivilisten hilft ihnen töte riesen stabile zwerge schwacher riese jetzt kommen die soldaten sie vorbei wie lange verloren erscheint schwer verletzt okay er ist durstig und kann nicht mehr stehen 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 ist nicht schlimm einer ist tot machen wir den counter direkt mal wieder hoch toter nummer acht heute und noch nicht mal die erste stunde um ich würde sagen der heutige tag wird richtig erfolgreich weg 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 ist mir egal da kämpfen wir gerade auch nicht mehr den geist muss man auch einlagern nein das ist jetzt schon die menschenkarawane kommt ja wir hatten gerade ein riesen von euch hier mal da da ist es perfekt war dann war meine staffel 6 immer noch die beste dann war meine classic staffel 6 immer noch die beste mehr tote gab es nicht hatte ich bisher noch nicht nicht frisch finish 740 ich weiß nicht mehr wo ich da aufgehört habe ich weiß es nicht mehr ich könnte das nachgucken aber jetzt muss ich jetzt die finished goods kisten hier zuweisen ich weiß nicht manche bringen es halt auch wieder runter andere lassen sie halt in der nähe stehen auch lassen sie rüstung hier oben stehen aber das könnte auch daran liegen dass die taverne dann näher ist die kaserne nicht taverne taverne ist am mit am weitesten weg von allem da ist irgendwas drin was wir vielleicht doch nicht mitnehmen wollen was mich aber wundert hat das bestimmt die gold max und so weiter drin ja bei der halle sind wir noch bei also wie gesagt der boden der läuft es ist halt die glas produktion kommt nicht so schnell hinterher wie ich das gerne möchte aber ich glaube es gibt einfach es gibt schlimmeres also es wird nehmen wir die noch was auch mal da drin ist ich hoffe ja immer noch dass auch wenn wir die alle hier wieder hoch schleppen dass sie die kisten irgendwann da hinschleppen wo sie hin sollen nämlich halt in die nähe ja von den 243 dass sie da hier wie ewig das dann durch die gegend tragen damit das irgendwann oben ist und da eingelagert wird wo es hin soll eben nicht hier also das ist der aktuelle stand der halle wir können bestimmt schon mal die nächste ebene graben channel channel dann kriegen wir hier auch immer mehr ein bisschen mehr magma rein stimmt ich wollte die reihe eigentlich auch erst machen dass wir die wand haben dann brauche ich mich nicht immer um diese eine wand hier oben kümmern ich könnte auch alles andere erst machen sozusagen erst die säulen also dann fertig machen dann brauche ich danach nur noch boden legen so kann aber jetzt bitte keiner reinfallen ne alter stellt euch doch nicht dann das ist so wie dieses man sägt auf den ast an auf dem man sitzt auf den schlechten comics die stehen da alle und die nacht man graben und da und dann ja noch raucht es nicht noch verbrennt kein zwerg das heißt nichts aber es ist einfach so dann machen wir die reihe fertig und dann machen wir dann glaube ich dann gleich doch erstmal diese reihe dann habe ich die dann haben wir die wand dadurch dann sieht das auch ein bisschen schicker aus nach das und hier oben die ebene das dauert noch ein bisschen bis das alles verglast ist ach das sind alles schiez die zwerge müssen in magma fallen die zwerge müssen doof sein das nimmt einem doch das ganze spielgefühl wenn die zwerge nicht so dämlich ich muss mich ja darüber aufregen das spiel verliert ja ein bisschen den sinn wenn die zwerge plötzlich genau das machen was sie sollen jetzt haben wir schon menschen zu besuch oh gott haben wir schon die ersten vampire und untoten oder sowas ne ne wir haben noch immer den ghost die das ist aber nicht schlimm headgeber auf irgendwas das ist von den karawanen ganz viele händler okay aktuell haben wir keine untoten wir haben generell eigentlich nichts hier bis auf die paar tiere was bist du denn tiercell perigwine was ist das denn das ist jetzt ein kleiner falke mit eigennamen das würde mich jetzt wundern erfüllt nichts im konflikt das ist bestimmt einer der immer alles komisches gemacht hat er bestimmt schon zigtausend leute umgebracht ne doch nicht aber der hat bestimmt den meisten käse geklaut von allen ja das sind hier zig rampen wahrscheinlich suspended weil der komische riese kam wenn man sozusagen die die hier überbleiben werden ja wahrscheinlich ein paar sein nachher und die nimmt man dann nachher einfach und macht die neu boah passt schon guten abend salen bieber schön dass du da bist das meiste hier ist hoffentlich ne es ist halt teilweise auch zwergenblut ist nicht schlimm aber ihr könnt die leiche mal irgendwo hintragen ne könnt ihr nicht dann ist alles voll hier einfach so viele tiere geschlachtet haben richtig letztens am sonntag haben wir hier große schlachterei gemacht am montag bestimmt sonntag war ja nicht da hat ja meine frau gestern musste das wie mir da auch ausfallen weil ich bin ja ich habe es im disco kurz geschrieben gehabt ich bin ja terminmäßig immer voll auf der höhe ich habe ganz vergessen dass mein sohn da pokalspiel hatte und dann das ein bisschen länger geht und dann noch im bett bringen und dies das und jenes war abzusehen dass ich vor viertel nach neun halb zehn nicht zum zocken kommen würde und das ist dann etwas wo ich dann nicht mehr anfangen wollte bei viertel nach neun halb zehn wenn ich nur bis 11 mache brauche ich ganz viel mehr anfangen was ich stattdessen gemacht habe waren meine sachen fertig zu malen also nicht alles aber ich hatte ich würde euch das ja gerne also ich kann euch das zeigen aber orcs haben grüne haut das heißt es wird rausgefiltert das sieht viel lustiger aus jetzt mit den zähnen und den augen und so weiter und dem ohrring weil einfach das gesicht fehlt und das gelb was ich bei dem drachen gemalt habe scheint grün stich zu haben weil das wird auch weggefiltert aber ich habe gordrak fertig gemalt da hatte ich abends ein bisschen was zu tun ich habe mich immer noch nicht dazu durchregen ich hatte das mal alles eingestellt für so ein bemalt stream aber habe mich immer noch nicht dazu durchregen können weil ich einfach kein guter maler bin dann würde ich sogar eher noch ein schach stream machen auch wenn ich kein guter schachspieler bin apropos verfolgt einer von euch eigentlich die schach wm so rein interesse halbe oder gehört ihr zu denen die es entweder gar nicht interessiert oder die sagen da der bisherige weltmeister sagte er möchte gar nicht antreten ist das eh keine richtige wm verpasst läuft noch aktuell steht 6 zu 6 das ist auch etwas also wenn man sich ein bisschen damit auskennt und dann mal so eine entweder so eine partie mal reinguckt oder so eine zusammenfassung sich anguckt ist das schon sehr strange was zwischen den beiden Kontrahenten da passiert also bei manchen bei manchen Stellungen würde ich ja sagen am besten machst du jetzt diesen und diesen Zug und dann weiß man wenn der das wirklich macht ist das ein Fehler nur wenn ich das spielen würde ist das eindeutig ein Fehler und sie machen öfters Züge die ich spielen würde und das ist irgendwie doch es macht eigentlich das ganze sehr unterhaltsam aber viele kommen dann halt an ja das liegt nur daran weil der Carlsen nicht damit bei ist und der wird halt nicht so komisch spielen also heute zum Beispiel hat der Nepo ja auch eingestellt also nicht eingestellt aber sagen wir mal erstmal relativ ich glaube 2-3 mal Tempi verloren einen Bauern eingestellt dass er sozusagen dann der Ding einen Mehrbauern hatte das konnte Ding aber nicht verwerten dann lag er eigentlich zurück weil Nepo mit Schwarz plötzlich auf Gewinn stand und da macht Nepo einen Zug der dann theoretisch zu einem Mat in 4 geführt hätte von Ding aber dann hat er aufgegeben der Nepo tat einem unglaublich leid weil ich habe genau in dem Moment hatte ich kurz reingeschaltet weil ich wissen wollte wie es gerade steht und äh dass der saß da also ich hätte so wie er aussah also auch Ding hatte glaube ich Mitleid mit Nepo und ich glaube es war die pure Männlichkeit dass er nicht geweint hat nein keine Ahnung also der ich glaube der war Nepo war in dem Moment der hat mit dem Kopf im Arm auf dem Tisch gelegen ich glaube wenn er jetzt nicht gerade live bei einer Weltmeisterschaft gespielt hätte hätte er als Großmeister geflennt und selbst der Kommentator hat gesagt das ist ein Moment wo man weinen könnte als Spieler und auch als Zuschauer weil es wirklich einfach traurig war diesen Fehler zu sehen und dann die Reaktion also es war wirklich hart ich habe genau in dem Moment kurz vor hatte ich reingeschaltet da kam noch die Diskussion ne wie Nepo halt in Führung stand und dann macht er seinen Zug ähm ich kann ja sagen hier Bauer F5 war der Fehler hilft jetzt gerade nicht weil ihr die Stellung nicht seht was war halt sozusagen der Fehlerfall den er dann gemacht hatte und äh wenn ihr die Möglichkeit habt das irgendwo nach zu gucken ne also man sieht wie Nepo einfach dann fertig war das er tat mir so leid nicht nur nicht das Ding auch schon genug Partien eingestellt hat also äh ich glaube die haben erst viermal Remi gespielt ansonsten gewinnt da ständig jemand das ist total seltsam normalerweise heißt es immer ja Partie zwischen Großmeistern beim Schach gewinnt ja immer der der den Fehler macht Großmeister machen keine Fehler deswegen enden die meisten Großmeister Partien Remi da nicht deswegen kommen ja auch schon viele an wie gesagt äh ohne Carlsen ist das keine WM der beste Spieler macht nicht mit bla 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 ne und äh deswegen würde das auch außerhalb der Schachszene kaum einen interessieren ich sag immer noch es ist eigentlich gerade deswegen sollte es außerhalb der Schachszene eigentlich interessant sein weil da passiert was ein perfektes Spiel ohne Patzer ähm ist für jemand mit schachlichem Verständnis finde ich sehr interessant ne weil äh eine fehlerfreie Partie zu sehen ist schon cool egal was der Gegner macht dass äh der Spieler immer wieder eine Antwort darauf findet das ist schon schön zu sehen aber ich glaube ein Unterhaltungswert ist eher äh bei Patzern und vor allen äh Ding hat ja schon dreimal in einer Partie ein Patzer gehabt der hat ja da läuft immer der Engine nebenbei bei den Kommentatoren dann sieht man halt immer wie die Chancen sind und der lag voll in Führung und dann macht er nicht den besten Zug und dann sieht man wie der äh Wahrscheinlichkeitsbalken für einen Sieg kleiner wird und dann noch zwei Züge später schrumpft der nochmal und dann nochmal und Ding hat auch einmal so einen Fehler gemacht der hatte nachher Uhr glaube ich noch 15 Minuten drauf und hat die einfach runterlaufen lassen weil der einfach dann starre hatte in einer Partie der konnte nicht mehr der hatte sich was durchgerechnet was nicht aufgegangen ist und hat danach einfach abgeschaltet es ging nicht mehr bei Ding das war vorbei da hast du auch nachher da hatte ich auch reingeschaltet guckste und dann hörte ich nur den Kommentator irgendwie der war noch zwei Minuten auf der Uhr und dachte mir oh das ist aber knapp der sollte mal einen Zug machen und dann hieß es vom Kommentator ja der sitzt da aber schon 10 Minuten er sollte wirklich mal einen Zug machen und der hat das einfach runter ticken lassen also es war keine äh Mattdrohung von Nepo war da oder sowas war einfach nicht aber äh Dings das Hirn hat einfach dicht gemacht wie gesagt ich weiß gar nicht ich glaube also steht jetzt ja aktuell 6,6 zwei Partien kommen noch kann also auf das 7,7 hinauslaufen danach mit noch 4 Schnellschachpartien 4 Bitspartien sehr interessant ich würde es vor allem umgelegt mal sehen zwischen den beiden halt den diesen Armageddon Modus ne wo die unterschiedliche Zeiten haben und wenn Remi gespielt wird gewinnt automatisch schwarz glaube ich oder was dann weiß ne weil Remi gewinnt automatisch schwarz aber weiß hat einen Zeitvorteil zusätzlich zum Anzugsvorteil deswegen muss weiß gewinnen ansonsten ist es ein Sieg für schwarz so so war das das könnte sehr interessant sein vor allem weil die beiden halt blandern wie nichts Gutes ne so jetzt guck ich aber trotzdem noch einmal kurz rein weil aktuell ne sie haben genau es gibt drei Siege auf jeder Seite aktuell so war es ne also von zwölf Partien hat jeder drei gewonnen und sechs sind Remi ausgegangen also nur die Hälfte der Partien hat ein Remi gehabt und das ist für Großmeister Partien gerade auf dem Niveau total seltsam aber wie gesagt ich glaube da muss man so halbwegs also ich finde es unglaublich interessant manche Fehler also ich habe da heute zum Beispiel also gerade bei dem Fehlerzug den Nevo heute gemacht hat habe ich mit meinem Sohn vorgesessen also ich habe die nachdem wir gegessen wir gegessen hatten heute Abend hatte ich mal zweite gekommen ne es kommen noch nicht mehr Migranten neue Opfer ok ok da haben wir heute Menschen gesprungen also ich hatte das meinem Sohn nachher aufgebaut und bis zu der Stellung wo Nepo den Fehler gemacht hat und dann gefragt so was würdest du jetzt spielen als Schwarzer dann hat er überlegt hat auch ein Zug gesagt aber nicht den halt ne den Nepo gemacht hat hab ihm dann den vorgeschlagen und dann sagt er nee das wäre ein doof und ich fand es dann halt im Nachhinein relativ lustig dass mein zehnjähriger Sohn meinte der Zug ist wirklich nicht gut aber ich glaube auch dass Nepo anders gedacht hat die Stellung also er hatte zwei Bauernzüge zur Auswahl einer verliert mit dem Spiel der andere wäre auf Remien ausgelaufen und er kann ja auch beide spielen nur in einer anderen Reihenfolge ich glaube er hat falsch gedacht er hat den F-Bauern zuerst gezogen obwohl er eigentlich erst den E-Bauern hätte ziehen sollen und da hat er nicht geschaltet weil er die Endstellung wahrscheinlich im Kopf hatte und irgendwo dann vergessen hat dass er halt in der falschen Reihenfolge gezogen hat unbeabsichtigt das ist ihm auch direkt klar geworden also ein Poker-Face kann der nicht der wie gesagt der hat mit dem Gesicht in der Armbeuge auf dem Tisch gelegen herzergreifend aber wie gesagt ich glaube nur interessant für also größtenteils interessant für Leute die auch Interesse überhaupt an der Schach-WM haben und wie ich mitgekriegt habe sind das wenig es gibt aktuell unglaublich viele Schach-Streams deswegen habe ich gesagt das kann ich auch machen ich habe letztens nur jemand gesehen der hat Schach gestreamt der hat auf Leaches eine Blitzwertung von 600 irgendwas da habe ich mir gedacht boah dann kann ich das auch das kriege ich hin das kriege ich hin